Wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 286 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt gibt es nachgewiesen noch rund 7700 Akutinfizierte. 8500 Menschen sind bislang an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Reproduktionsfaktor ist auf 1,03 angestiegen. Das bedeutet, dass 100 Infizierte momentan 103 weitere Personen anstecken.